Hi Leute, heute habe ich euch mal ein 5 Viertel Takt Pattern mitgebracht fürs Drum Set und wenn ihr euch das mal anschaut haben wir da einen Handsatz mit rechts links links rechts links das Pattern ist zwei Takte lang und wichtig ist dabei dass man das natürlich gleichmäßig auszählt ja also dieses 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 also alles schön im gleichen Abstand und am Drum Set hatte ich mir gedacht können wir diesen Handsatz so verteilen ja also Tom 3 Snare Snare Tom 2 Tom 1 genau und so weiter dann dazu das Fuß Pattern wenn ihr euch mal das blau einnotierte anschaut da könnt ihr wunderbar sehen dass nach zehn Vierteln es wieder dann auf der Bassdrum losgeht auf die 1 also im zweiten Takt haben wir auf der 1 den linken Fuß auf der Hiatt ja also zwei Takte und dann geht es wieder mit der Bassdrum los also das wäre dann 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 und die Hände sind ja auch im Viertel Raster also alles nur Viertel nichts anderes am Drum Set ja das ist auch schon die ganze Magie da dran schaut mal was ihr damit so machen könnt nochmal die Notation zum mitnehmen schaut nochmal rein macht euch ein Screenshot was auch immer und dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen bis demnächst das ist euer Bruno von Happy Drums Ciao Ciao